was so der typ redet jetzt mit dem jahr aus geil ich finde es cool wir nicht mal wir sind die beiden gute laune mensch jetzt oder ok das hier der stadt osman jenkins ist das gefällt mir sehr gut dass ich hier alles so viele xp geben von inside displays better not enter legt mich am arsch wo bist du denn ja ein pokémon tower da darf ich nicht rein du meinst lavendert teil ja cool ich bin auch hier nachgucken ich glaube ich habe euch elendig ich hasse euch wieso wüsste ich habe den scheiß ist nachgeguckt liebes wie sie service teilerin scheiß muss ich ich habe doch das habe ich sogar gesagt das ist das war wahrscheinlich nicht mit ihm reden muss und dass man gleich zu heiterer kann und hat gesagt habe ich habe es gemacht also vielleicht nur erst mal bist du nicht zum captain gegangen obwohl der service typie von der treppe weg gegangen ist ich musste nicht mal mit den typen reden ich muss wieder ganz anderen reden nach dem blödsinn mit wem denn jetzt mal ich will es wissen weg mal sie alle mich aber auch wenn man richtung die kapitän läuft na ja und da genau die letzte tür da müsste ich rein und was ist da und mit dem typ muss ich dann reden wahrscheinlich einen scheiß zu triggern warte du hast nicht erst das ganze schiff gemacht was nein warum nicht ja es gibt ab normal für xp und die einzige möglichkeit hier gut zu trainiert ist am anfang mit tradern darum haben wir halt alle schon gemacht und dann wussten wir nicht was dass du doch irgend so ein anderer scheiß machen muss er hasst sich selber er kann sich noch nicht gut ausgemacht hast du dich mal einfach gegoogelt so ich nehme es doch noch mal die ich nehme es doch noch mal eine stunde auf schlecht sein oder einfach anderen vertrauen aber nein aber auf uns fragen wir machen aber sauer sein weil man selber dieses schiff einfach nicht machen will das auf jeden fall wir schuld schon mehr du und ich wir sind schuld sich richtig ja irgendeiner muss schuld sein ja nicht so weit ist korrekt ja sie ist ja noch nicht so weit dann kann ich selber kann nicht schuld sein weil ich bin ja nur ein bisschen sehr dämlich ok ich weiß ich euch das ganz so lustig fand heute ist doch nicht zerstörer dafür sagt ihr schon zugegeben maße wie geht dann ist ja wieder ich komme mit ich bin jetzt ein visaflor verdammte scheiße der war ich war es ich habe dich nicht gehört du musst zu leisten ich habe gesagt ich trainiere immer noch ja aber welches level ist das jetzt meint ich damit ich trainiere mich unter dem robot ja aber welches level ist das welches level durch 19 dann ist es kein robot hatte schon die eine attacke welche welche es braucht keinen hat wird wird das hat von anfang an aber er muss dann trainieren damit da schon auf dem tour kommt kompression ich kann das schon längst du müsst sie gehen dann geht darauf gehört denn es bis bis ab 6 und danach kann er durchgehen sollte dann natürlich doch auch noch auf full hp sein aber da kann er sich bei kraft gegen heilen kann quapsel nicht mit doof attack hätte die die filme nein es kann hypnose es kann halt das war es halt okay also schwer ist es nicht ich muss man definitiv was willst du gut wer möchte googeln wie man frauen aufreist im spiel ich kann man echt das dating sollte benutzen 3 3 schaffst du ein mädchen weißt du schaffst du ein mädchen an und zu wegen er darf man treffen sondern das wirkt zu dir die tm ist noch nicht implementiert im game ja vielleicht vielleicht ist es eine zu alte wo hast du geschaut auf dem alten wiki oder auch ist schon älter ja ich weiß nicht erst mal was nachgucken fluffe noch ist doch auch ne eben evolution oder fluffe luft das ist ja das ist ach so ja doch ja dann knudel luft ist die evolution von 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 die evolution evo lieboli ja warum sollte lufe luft nicht sagen so ich habe es ja kein dollar blitz lernen weil keine ahnung was ist mit shadow ball nicht verstehen wie bekommen du nein hast du es bekommen ich lieben wie denn ja ich weiß wahrscheinlich im lavendertauer oder wo dann behind the decoration behind the decoration ja das ist es bitte für musik wie man ein gentleman herausfordern ja das war auch alles womit ich arbeiten durfte erst power ja leck mich dann wird auch was das mich eigentlich ganz doll voll liebhaben bis es hier diese dinge aufbuddelt oder wie sieht das aus ich weiß es nicht wie alt ist die liebhaben muss ich habe ja guck doch mal wie viel dein schaufler punkt immer nicht lieb hat komplett voll 97 höhren scheiße ich habe das schon ich habe ich einfach gleich mit diesen die sollen rätsel da in diesem glück scharf das erste ist immer am gleichen ort übrigens also ist es ziemlich einfach das passt ja sie hast uns martin michael jackson集 meint chekning ja hier fack ihn checkten mich wollte mal jumpsmeade bewusst dass sie da ist dann hätte ich mal ein buch aber ob ich wusste dass michael jackson noch lebt da hätte ich aber ganz andere vorkehrungen sie gelaufen er hätte die hat leckett die shops eigentlich so dumm wenn ich irgendwann mal tränke einkaufen gehe ich nur die msn für die alles andere sehr lebendig ich bin rausgekommen es ist jetzt habe ich angst wie es so existiert das macht mich fertig das spiel egal jetzt bin ich voll in team rockets stings